Hallo ihr Lieben, ich hoffe ihr seid topfit für ein richtig cooles Rückentraining heute. Alles was ihr dazu braucht ist ein schweres Gewicht. Ich habe hier eine 3 Kilo Hantel, ihr könnt aber auch irgendwas anderes nehmen, sei es eine befüllte Einkaufstasche oder eine Flasche oder sonst was. Genau, mehr braucht ihr nicht, das legen wir aber erstmal zur Seite. Okay, wir wärmen uns nämlich erstmal auf. Leichte Jumps zur Seite, Arme sind steil. 4, 3, 2, kreisen. Nur ganz leichte Jumps. 8, 7, 4, 3, 2, lösen. Hoch, 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 hip. Bein ist gestreckt, Rücken gerade, Rücken kommt tief. Tief, unterer Rücken arbeitet. 8, 8, 7, 4, 3, 2, halte hier. 4, 4, 4, 3, 2, letzter Halt hier oben. Bein zurück, Schulter breit, halte auf, tief. Hopp, tief. Ellbogen bleibt auf einer Höhe. 4, 4, 3, 2, richte dich auf. Drehung, Mitte, Drehung, Mitte. Noch abgehackt. 8, 7, 3, 2, ohl, komm tiefer. Beine bleiben stabil, Knie bewegen sich nicht mit. 8, 3, 2, streck die Arme. Abgehackt. Schaffen wir das schnell? 4, ich glaube schon. 3, 2, fließende Bewegung. Beine bleiben nach wie vor stabil. Wenn es dir schwindelig wird, dann schau einfach konstant nach vorne. 4, 3, 2, und letzter Lesen. Ellbogen hier fest, vorne eingeschränkt. Und Rotation. Schau, spann den Bauch an. Heute schon ein Sprachfehler. Anspannen. Bauchnabel einziehen zur Wirbelsäule. 4, 3, 2, lange Arm. Bauch anspannen. Feste. 4, 3, 2, und lösen. Cross, tap. Cross, tap. 8, 7, 6, 4, 3, 2, von vorne. Ganz kleine Jumps. 8, 7, 4, 3, 2, anderes Bein. Hoch, hoch, tief. Hup. Hup. Schieb das Gewicht auf die Fersen. 8, 7, 4, 3, 2, hold. Hup. Ellbogen auf einer Höhe. 8, 4, 3, 2, und Achtung, Schulter breit. So ist gut. Aus. Aus. 4, 3, 2, letzter und hoch. Drehung. Drehung. Noch 4, 3, 2, super. Streck die Arme auf. Ganz genau. Zieh den Bauch ein. Fest einziehen. Ganz wichtig auch beim Rückentraining. Denn Bauch und Rücken hängen zusammen. 4, 3, 2, und Achtung. Ellbogen hier fest vor dem Körper. Rücken bleibt gerade. Ist nicht gebeugt, sondern aufrecht. 3, 2, lange Arme. Box. Ja, mach weiter. Ganz genau. Acht. Komm, einziehen. Acht. 7, 6, 4, 3, 2, und Löse. Wir brauchen das Gewicht. Bleib immer in Bewegung. 8, 7, 6, 4, 3, 2, und Achtung, Löse. Schön breitbeinig aufstellen. Und tief. Single Kreuz heben. Von der Seite. Beine leicht gebeugt. Hup. Und schön leichte Hochkreuzhaltung. Ganz leicht aber. Die Hüfte kontrolliert unsere Bewegung hiermit. Gewicht auf den Fersen. Schieb dich hinter. Wenn du eine leichte Dehnung beim Runterkommen in der Beinrückseite spürst, machst du alles richtig. Nacken in Verlängerung zur Wirbelsäule. Bauch einziehen. Komm, Spannung. Acht. Spann den Rücken nach. Komm, aufrichten. Leichtes Hohlkreuz. 4, 3, 2, Achtung in die Hantel. Hier. Absetzen. Komm, wieder hoch. Etwas Schultern, drei Zehenspitzen nach vorne. Und tief, hoch. Tief, hoch. Good morning. Ab. Ab. Einziehen den Bauch. Ganz einziehen. Hüfte kontrolliert die Bewegung. Drück den Po. Nach hinten. Schieb ihn raus. Fersen halten das Gewicht. Fersen halten das Gewicht. Super. Wir stärken unseren unteren Rücken. Der obere Feuchtknochen. Auf. Acht. Sieben. Drei. Zwei. Und halte wieder Mitte. Kante schiebt vor. Zurück zur Brust. Vor. Zur Brust. Vor. Vor. Vier. Drei. Zwei. Und löse. Hoch. Tief. Hoch. Was meint ihr? Nochmal? Ich glaube schon. Danach geht's auf die Matte. Singelkreuzheben. Ab. Drei. Zwei. Noch einer. Achtung. Halte hier mittig. Bauch einziehen. Vor. Tief. Vor. Drück dich raus. Genau. Leif das Hohlkreuz machen. Die Schultern machen keinen Buckel nach unten. Die ziehen richtig zurück. Acht. Sieben. Sechs. Vier. Drei. Zwei. Halte oben. Achtung. Hanty. Setzt ab. Die Beine. Schulterbreit. Wir starten oben. Tief. Hoch. Hüfte kontrolliert. Hopp. Hopp. Auf deinem Rücken kann ich ein Glas abstellen. Wenn er unten in der Waagerechte ist. Wenn er unten in der Waagerechte ist. Keep it. Zwei. Acht. Sieben. Vier. Drei. Zwei. Ganz klasse. Halte hier. Kanschen abnehmen. Und schieb vor. Zur Brust. Vor. Sehr schön. Schieb vor. Drei. Zwei. Letzter. Und tief. Kurz lockern. Kreis die Hüfte ein bisschen. Schaut komisch aus, aber es tut gut. Leg die Hände gern hinten. Oberhalb der Po-Backen ab. Und rechsel die Richtung. Vier. Drei. Zwei. Und lösen. Wir bauen die Matte. So. Wir haben viel für den unteren Rücken getan. Es ist natürlich auch der obere dran. Halte dir dein Gewicht auf jeden Fall bereit. Kannst du es vorne hier ans matten Ende oder Anfang, wie man sehen will, legen. Aber das brauchen wir noch nicht gleich. So. Wir sind hier im umgedrehten V. Daumen. Und jetzt kommt tief. Und jetzt kommt tief. Und halt die Hände hier. Auf den Ellbogen. Daumen berühren sich. Dolphin Hold. Drei. Zwei. Und achtet. Drück dich jetzt hoch. Die Hände bleiben zusammen. Okay? Wir versuchen es nochmal. Noch vier. Drei. Zwei. Ablegen die Ellbogen. Langsam. Nicht fallen lassen. Halte hier. Dolphin Hold. Vier. Drei. Zwei. Achtung. Pass auf. Hoch. Hoch. Oh ja. Ich spüre es. Wir machen das natürlich noch ein drittes Mal. Alle guten Dinge sind drei. Noch vier. Drei. Zwei. Achtung. Ellbogen absetzen. Halte hier. Wir halten dieses Mal ein bisschen länger. Schieb dich schön hinter. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und Knie absetzen. Super. Komm nach oben. Klasse gemacht. Ich würde sagen, weiter geht's. Leg dich ab. So. Die Daumen zeigen nach außen. Die Füße legen erst mal ab. Und jetzt zieh hoch. Zieh hoch. Die Daumen ziehen nach hinten. Drum die Brust. Weg von der Matte. So gut es geht. So. 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 Vier. Drei. Zwei. Halte. Vor die Hände zusammen. Schulter bitte zusammenziehen. Zieh. 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 Wichtig ist hierbei, dass du die Schulterblätter zusammenziehst. Die ziehen wir hinten richtig zusammen. Mein Sprachfehler. Hier schön, genau. Nicht die Arme. Sehr schön. Komm in, spürt. Tipp. Tipp. Letzten. Vier. Drei. Zwei. Und komm tief. Die Hände legst du erst mal hier. Leget ihr ab. So, jetzt pass auf. Du dringst die Handflächen nach oben. Und noch vier, drei, zwei. Dring nach oben. Stuhl die Doftermatte ab. Zieh die Schulterblätter zusammen. Die Hände sind schön, schön weit nach außen. T-Position. Nach außen. Genau. Schilderblätter zusammen. Achtung. Acht. Sieben. Sechs. Vier. Drei. Zwei. Vor. Zieh. Vor. Zieh. Acht. Sieben. Vier. Vier. Drei. Zwei. Und los. Super. Drück dich nochmal nach oben. Das war doch klasse. Ich würde sagen, die zweite Runde geht. Dann habt ihr es auch schon fast geschafft. So. Wir starten hier oben. Drück dich schon nach hinten. Drück dich schon nach hinten. Beine gestreckt. Vier. Drei. Zwei. Hände zusammen. Hier die Daumen berühren sich. Und drück runter. Elboden. Elboden dolfen hold. Halte. Vier. Drei. Zwei. Drück dich hoch. Halte. Vier. Drei. Zwei. Und wieder runter dolfen hold. Die letzte. Vier. Drei. Zwei. Und drück dich hoch. Vier. Drei. Zwei. Wieder tief. Halte. Hier. Etwas länger. Alle guten Dinge sind drei. Acht. Sieben. Vier. Drei. Zwei. Und absetzen. Sehr gut. Perfekt. Leg dich vorne wieder ab. So. Beine ablegen. Daumen nach außen. Vier. Drei. Zwei. Drück dich hoch. Hoch. Oder füttere weg von der Matte. Unterkörper bleibt. Locker. Liegen auf der Matte. Acht. Sieben. Vier. Halte. Acht. Sieben. Sechs. Vier. Drei. Zwei. Hüttere. Hüttere. Zieh. 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 Acht. Sieben. Vier. Drei. Zwei. Letzter. Und ab. So. Deine Arme wieder hier stehen neben dir. Hier stehen. Zum Atten. Achtung. Drück deine Hände hin. Handfläche nach oben. Vier. Drei. Zwei. Schulterplatte zusammen. Hüttere. 8, 7, 4, 3, 2, und 8. 4, 5, 8, 7, 4, 3, 2, und 8. Und lese, 7er Klasse. So, was meint ihr? Endspurt? Ich glaube auch. Nimm deine Hand ein letztes Mal. So. Neh mich auf den Rücken. So. Und so, wir kommen wieder. Ja, ich weiß, schön, unser umgedrehtes V. Bring die Hand nach hinten. Vorhin den Stütz. Komm tief. Ich muss es ohne Matte machen. Ich finde es hier zu rutschig. So, nochmal. Also. Wir sind im umgedrehten V. Hand zurück. Vorhin den Stütz. Nimm die Hand mit. Bring sie wieder mit nach vorne. Wechsel. Andere Falte. Hip. Wieder mit nach vorne. Vor. Neh zurück. Wieder vor. Bauch einziehen. Vor. Wir schaffen noch 8. 7. 6. 4. 5. 1. 5. 5. 5. 6. 5. 6. Acht. Sieben. Sechs. Vier. Drei. Zwei. Schieb dich vor mit den Zehenspitzen nach hinten. Vor. Hinter. Vor. Hinter. Die letzten. Endspurt. Sieben. Vier. Drei. Zwei. Und letzte. Absetzen. Kindsposition. Wir bebekommen zu fressen. So. Du kannst dich entspannen. Hand zur Seite. Und die letzte. Klasse ihr Lieben. Wir haben unser Rückentraining schon fast hinter uns gebracht. Es fehlt uns hier noch das Cooldown. Die beste meiner Kindsposition. Du bleibst hier erstmal. Erstmal durchatmen. Der Rücken geht auf. Einatmen. Und ab. Ausatmen. Der ganze Brustkorb fühlt sich mit Luft. Und du versuchst, die ganze Luft wieder rauszulassen beim Ausatmen. Noch ein tiefer Atemzug. Sehr schön. Der nächste Einatmen. Drück dich nach oben. So. Jetzt deine Hände kommen ganz vor an den Mattenrand. Deine Beine sind einfach im Boden aufgestellt. Und lass dich mal wirklich schön, schön reinfallen mit deinem Brustbein zur Matte. So weit es geht. Sehr schön. Vier. Zwei. Und Klasse. Achtung. Deine Hände krabbeln wieder zurück. Wir sind im Vierfüßlerstand. Und ein Arm geht unter dem anderen durch. Die Schulter liegt auf der Matte ab. Wenn du möchtest, verstärke die Dehnung. Öffne den Arm noch. Vier. Drei. Zwei. Und tief. Stütz dich wieder ab. Wir wechseln die Seite. Stärke die Dehnung, wenn du möchtest. Genau. Zieh schön auf. Zieh den Arm richtig zum Himmel. Nicht nach hinten, sondern wirklich nach oben. Oben zieht der Arm. Genau. Noch vier. Drei. Zwei. Und lösen. Stütz dich ab. Sehr gut. Alles klar. Setz dich nochmal ab. Komm nach vorne. Lehn dich rein. Und wieder zurück. Eine fließende Bewegung. Ablegen. Wieder zurück. Ablegen. Zurück. Sehr schön. Noch vier davon. Drei. Zwei. Ganz klasse. Noch einer. Und beim nächsten Mal schwing dich zurück auf deine Fußsohlen. Lass die Knie gebeugt und roll dich Wirbel für Wirbel nach oben. Wir stehen jetzt etwa schulterbreit. So. Und nehmen einen Ellbogen. Und berühren das diagonale Knie. Und öffnen nochmal ganz, ganz weit. Zwei. Wechsel. Sehr schön. Die Knie fallen nicht zusammen. Die drückst du auseinander. Zwei. Und lösen. So. Wir sind oben. Verschränk deine Hände. Und zieh, 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 zieh dich mal nach vorne. Die Knie sind leicht gebeugt. Genau. Noch vier. Drei. Zwei. Lösen. Und Gegenbewegung. Zieh dich auf. Blick zur Decke. Noch vier. Zwei. Und Achtung. Die Hände bleiben gleich hinten. Setzen sich ab. Oberhalb der Po-Backen. Und drückst du dich nach vorne. Und drückst du dich nach vorne. Der Bauch drückt nach vorne. Lass dich fallen. Besonders wenn du vier sitzt, kann das auch eine sehr gute Ausgleichsübung sein. Und drückst du dich nach vorne. Lass die Hände fallen. So, und jetzt bleibst du hier unten, aber du hängst dich noch richtig aus. Von Seite zu Seite, erst zum rechten Fuß, dann wieder zur Mitte und zum linken Fuß. Und wieder zur Mitte. Lass hierbei das Kiefer ganz locker hängen. Das verspannt sich oft auch den ganzen Tag. Und wir wechseln wieder zur anderen Seite. Und ein letztes Mal zur Mitte, Kiefer locker, Arme ausschütteln, häng dich aus, Beine balken und wieder langsam nach oben. Schultern zurück für die stolze Haltung, super habt ihr es gemacht. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Kiefer locker, Arme ausschütteln, häng dich aus, Beine balken und wieder langsam nach oben. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Kiefer locker, Arme ausschütteln, häng dich aus, Beine balken und wieder langsam nach oben.